Im Film Torus kommt eine höhere Intelligenz auf die Erde. Zum zweiten Mal, beim ersten Mal, betrieb sie Terraforming, löschte alle Wesen aus und machte einen Reboot mit dem Leben. Und jetzt rettet die Menschheit letztlich nur die gleiche Angelegenheit, die in dem Film das fünfte Element ein bisschen Aufschub gewährte für die nächste Runde. Die Liebe trotz aller Widrigkeiten. Und sieht man sich Filme an von afrikanischen Ureinwohnern, im Kongo zum Beispiel, dann wird klar, dass das einzige Glück des animalischen Lebens bei diesen Jägern und Sammlern immer nur das Fressen, das Finden von fettem Fleisch ist, wobei alles gefressen wird. Überleben ist gleich, den Ort finden, an dem man überleben kann. Ja, es geht weiter mit dem Punkt, Punkt, Punkt.